Hallo Matthias! Hey, du hast mir das Wort aus... Dann schenkst du ja auch immer an. Das gehört ja immer in die Off-Takes rein. Das macht zum Teil, das musst du am Anfang grün lassen. Cut. Kein Cut. Moin aus Hamburg. Tobias hat mir den Joke vorweggenommen, aber das ist gut so, weil er ist der Badass und ich bin der Investor oder umgekehrt. Deswegen machen wir es ja auch zusammen. Right. Tobias hat The Badass Investor gestartet. Wir beide bauen das jetzt gemeinsam mit dem Material auf. Er ist wirklich sehr, sehr fundiert in diesem ganzen Bereich unterwegs, was Themen wie Krypto, Investieren, Aktien und Börsen und solche Sachen betrifft. Und bevor ich jetzt das Ganze spoilere, Tobias, was machst du eigentlich genau? Erzähl mal. Ja, im Moment. Ich weiß, wie du es umgekehrt. Das geht mal. Es geht mal.